Für welchen Superbösewichten würdest du dich entscheiden? Deadpool, Harley Quinn, Loki oder doch Joker? Meine Wahl steht fest, wir entscheiden uns für Thanos. Das bedeutet doch, ich kann mit einem Schnips das ganze Universum auslöschen. Let's go! Oh, was ist denn jetzt passiert? Unsere Superbösewichtenfähigkeiten müssen wir auf jeden Fall noch lernen, aber ansonsten steht uns nichts mehr im Wege, der Superböse Thanos zu werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechst dann eben auf die Glocke und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, dass wir mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns mal heute im Super-Villain-Tycoon, oh ja, wo jeder einen verschiedenen Bösewichten hat. Wir zum Beispiel sind Thanos-Freunde, oh ja. Wir haben hier Deadpool, Mysterio, Harley Quinn, Joker und auch viele, viele weitere. Und wir haben uns jetzt für den Tycoon von Thanos entschieden. Oh ja, wir haben schon den allerersten Dropper jetzt hier gekauft. Und ich würde sagen, los, schneller, schneller, schneller. Die Weltwirtschaft wird mir gehören. Und vielleicht kriegen wir sogar den Infinity-Handschuh von Thanos. Das wäre wirklich übertrieben krass. Alles klar, wir haben genug Cash für den nächsten Dropper. Oh, was gibt es denn hier? Hier gibt es nicht nur normale Dropper, sondern auch Super-Dropper. Oh ja, Super-Thanos braucht Super-Dropper. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns das Ganze jetzt hier. Katsching, ab geht es. Und dann sollten wir eigentlich, oh, schneller Geld bekommen. Was ist das hier? Ultra-Dropper gibt es noch. Oh, nicht nur einen Super-Dropper, sondern auch einen Ultra-Dropper geht es. Was auch immer ein Unterschied ist, aber das eine ist super, das andere ist ultra, irgendwie. Und dann gibt es auch hier einen Ultra-Upgrader. Wir gönnen uns jetzt einfach alles Mögliche am Start. Katsching, ab geht es. Um uns natürlich mit den anderen Bösewichten aufzunehmen zu können. Alles klar, katsching, katsching, katsching. Ab geht es. Wir kaufen uns jetzt hier alle möglichen Dropper am Start, sodass wir hier richtig viel Geld hier farmen können. Hier in der Thanos-Fabrik. Hier, let's go. Oh mein Gott, die battlen sich schon da drin. Ihr werdet schon sehen, mit wem ihr es hier aufnimmt. Ey, guck mal, du willst meine Base einbrechen? Nö, ich hab ein Thanos-Schwert. Und komm hier, ab geht es. Wow, wow, wow. Ein Dringling. Tö, 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 jawohl. Da haben wir den allerersten Super-Bösewichten ausgeschaltet. Warte mal, müssen wir eigentlich nicht Super-Bösewichte zusammenhalten? Oder sind Super-Bösewichte zu allen Bösen? Und deswegen, ja, halten die nicht zusammen, Freunde. Fragen über Fragen. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier unsere Taikun, oh ja, mit Wänden. Hier ein wenig sicherer bauen, dass hier nicht jeder genau wie der hier einfach so einbrechen kann. Ja, ja, ja. Wie willst du jetzt hier reinkommen, Kollege? Ha, aber Freunde, wir können einfach die Tür aufmachen. Komm rein, komm rein, komm rein. Ich hab die Tür aufgemacht. Komm, komm, komm. Und jetzt machen wir die im letzten Moment, Freunde, machen wir das Ganze zu. Hey, okay. Ich hab doch keine Lust. Na ja, da hat auch so Pech gehabt. So, dann schließen wir die Tür. Ab geht es, Freunde. Was gibt es jetzt aber noch hier für krassere Fähigkeiten? Wir haben bis jetzt nur ein Thanos-Schwert. Oh, jetzt kommen wir zu den interessanteren Fähigkeiten. Sind das Krallen oder irgendwie sowas? Junge, wir haben einfach hier Krallen am Start. Wie ein Tiger. Also, irgendwie hab ich Thanos noch nie mit Krallen gesehen. Aber, Freunde, naja, ich würde sagen, erste Etage, check. Wir haben jetzt, oh, außer die Lichter, haben jetzt wirklich alles mögliche hier freigeschaltet. Ab geht es, oh ja. Und dann schauen wir uns mal um, was es jetzt hier in der zweiten Etage so zu entdecken gibt. Ab geht es und boing. Wir haben jetzt hier, oh mein Gott, was geht denn da ab? So, da drüben. Kaufen wir uns jetzt, oh mein Gott, was war super, 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 boing. Und legendärisch werden. Okay, das brauchen wir aber erstmal nicht. Wir brauchen jetzt erstmal jetzt hier, äh, Kisten brauchen wir. Ja, 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 die sind ganz, ganz wichtig. Und natürlich jetzt hier noch weitere Dropper, die wir uns freischalten werden, damit wir hier noch mehr Geld verdienen. So, let's go. Zack, 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 ab geht es. Oh mein Gott, schaut euch das ganz mal. Der hat einfach so eine Säge am Start oder irgendwie sowas. Hey, du da, komm her, auf einen super Bösewäschchen, fight. Alles klar, okay. Der hatte schon krassere Sachen am Start. Wir hatten ja absolut gar keine Chance gegen ihn. Ja, der hat uns sowas von zerstört. 100.000 Cash haben wir. Junge, 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 Junge. Wie viel Geld wir haben. Und der, 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 er lehnt hier alle. Schaut euch das ganz mal. Ach, renn, Kollege, renn, renn um dein Leben. Ha, nein, oh nein, oh nein. Er hat ihn auch, oh, besiegt. Ich hab nichts damit zu tun. Junge, Junge, Junge. Oh, was ist das hier für Geräusche? Alter, schwere, die anderen super Bösewäschchen. Die haben schon so krasse Items und sowas am Start. Sowas will ich auch hier bekommen. Aber wir sind dann natürlich noch am Anfang. Da, äh, haben wir ja noch nicht so krasse Items am Start. Zack, let's go. Alle Upgrade und alle Dropper haben wir jetzt gekauft. Und ich würde sagen, was gibt es jetzt hier? Oh, mein Gott. Als nächstes wird ein Quietschenschwert. Ernsthaft. Junge, wie soll denn jeder, irgendwer so vor mir Angst haben? Ich dachte, jetzt kriegen wir so einen Infinity. Oh, Handschuh oder sowas. Aber was haben wir denn da, Freunde? Oh, ja, ist das eine... Oh, was ist das hier? Ist das nicht... Ah, können wir uns damit nur schneller fortbewegen? Oder machen wir damit auch Damage, würde ich sagen? Wir testen das Ganze aus. Hey, willst du mein Versuchskaninchen sein? Und ich würde sagen, BÄM. Alles klar. Wow, wie wir den wegschleudern. Und wow, ab geht es. Und, äh, hallo? Guck mal, ich streichele dich ein bisschen mit meinen Krallen hier ein bisschen. Hallo? Lebst du noch? Was geht ab da? Wie tatscht? Alles klar. Und mit dieser Handschuh können wir uns anscheinend fortbringen. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Infinity Handschuh ist es auf jeden Fall nicht. Aber, oh mein Gott, was ist das denn hier? Ist das das? Roter Schädel oder irgendwie sowas. Tycoon ist das? Da können wir nicht rein. Aber, wo ich unbedingt rein will, ist so, oh mein Gott, der Deadpool-Tycoon. Der ist nach hinten. Und ab geht es, Freunde. So ein bisschen wie Spider-Man. Komm, wir können es hier rumschwingen einfach. Und ab geht es. Spider-Man, Spider-Thanos. Oh, ja. Ab geht es. Und, äh, Kollege, du wirst hier einbrechen. Komm her. Ich friss dich mit meinem Quietschenschwerd auf. Quietsch, quietsch, quietsch. Ha! Quietsch, 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 quietsch. Alter Schwede. Ha! Oh Gott, oh Gott. Okay, das macht aber gut Schaden wenigstens das Schwede. Auch wenn das Ganze nicht so aussieht. Und ich würde sagen, wir schwingen uns an die Drahten. Und jetzt, komm schon. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich schnapp mir nicht. Alter Schwede. Oh, und das ist unser R2. Das ist jetzt unser R2. Und was geht bei dem? Was hat der denn für krasse Superfähigkeiten? Und ab geht es. Oh mein Gott. Was ist das denn? Junge, Junge, Junge. Also, bis wir so krasse Fähigkeiten haben, das wird auf jeden Fall dauern. Und wir haben aber wieder einiges an Geld am Start. Und damit müssen wir uns jetzt hier sofort die nächsten Fähigkeiten von Thanos freischalten. Mit denen wir hoffentlich hier mehr Superbösewichte besiegen können. Weil bis jetzt, muss ich sagen, ja, haben wir nur, äh, hier so ein Schwert. Die Krallen, dieses Quietschschwert. Und, naja, damit können wir uns fortbewegen. Aber macht mir auch kein Damage. Aber ich würde sagen, Freunde, weiter geht es. Wir kaufen uns jetzt hier alle möglichen Wände. Hier ab geht es. Oh ja. Und, okay, noch mehr Lichter. Und, oh, es gibt sogar noch eine Etage. Und das schauen wir uns jetzt auf WF an. Nächste Etage. Was haben wir jetzt hier am Start? So, wir haben hier natürlich die ganzen Wände und sowas. Und, okay, wir haben hier Partikel und sowas. Okay, Kisten haben wir am Start. Ansonsten hier nichts Interessantes. Was ist das hier? Oh, mein Gott. Okay, wir haben jetzt ein Feuerschwerter. Wir haben bis jetzt nur Schwerter, muss ich sagen. Ich habe genug Schwerter. Aber, naja, solange die Damage machen, soll mir das Ganze recht sein. Alles klar. Und dann haben wir natürlich noch hier weitere Dropper, wo wir noch mehr... Oh, mein Gott. Was geht eigentlich bei meinem Nachbar ab? Wo wir noch mehr Geld verdienen können. Oh, ja. Warte, können wir uns eigentlich rüberschwingen? Wir können uns doch eigentlich einfach rüberschwingen, oder? Geht das einfach? Und ab geht es. Spider-Tano, Spider... Oh, 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 oh. Hilfe, use me ab. Nein, nein, nein. Wir haben ein Problem. Er hat die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht. Ich würde sagen, wir haben hier unser Feuerschwerter am Start. Oh, mein Gott. Komm her. Ich mache dich fertig. Oh, mein Gott. Was geht ab? Wir haben sie besiegt. Oh, mein Gott. Alles klar. Wir sind in Thor. Wir sind in Thor Space drin. Oh, mein Gott. Alter Schwede, was geht ab? Jetzt schnell nach oben. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir haben jetzt hier Thor Summer am Start und so ein legendäres Schwert. Wir brauchen mehr Fähigkeiten. Ein Meteoritenstab haben wir. Holy Macaroni. Alles klar. Und wir haben hier Partikel oder irgendwie sowas. Können wir noch holen? Ah, oh, mein Gott. Sie ist da. Sie ist da. Ich glaube, äh, äh, frisst mein Meteoriten. Alter Schwede. Ich würde sagen, mit Thor Summer werden wir sie jetzt probieren, fertig zu machen. Und bam. Oh, mein Gott. Jawohl. 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 Und jawohl. Wir haben sie fertig gemacht mit ihren eigenen. Oh, mein Gott. Waffen. Warte mal. Was ist das denn? Ist das Venom oder sowas? Können wir uns auch in ihn verwandeln? Oder kann nur sie sich in Venom verwandeln? Hallo, äh, Venom. Ich möchte einmal Venom sein. Das geht aber nicht. Oh, nein. Sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Nein. Wir müssen hier raus. Wir müssen raus. Alles klar. Nimm doch ihr Schwert am Start und komm her. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Nein, Freunde. Renn. 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 Nein, 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 nein. Da hat sie uns gekommen. Aber wir haben uns auf jeden Fall hier schon einige Items angeschaut. Von der Torfabrik. Oder war das Venom, glaube ich. Oder irgendwie sowas, ne? Oh, ja. So, wir haben jetzt wieder einiges an Geld am Start hier. Und unseren Meteoritenstab hatte sie auch. Der war... Oh, nein. Der hat mir so runtergefallen. Wir sind... Oh, mein Gott. Alter, was geht bei dem ab? Der fliegt erst mal ein bisschen. Alles klar. Hallöchen. Das war nicht so gemeint. Tschüss. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Nein. Ich glaube, die hat keine Lust mehr. Auf mich. Komm noch rein. Komm noch rein. Guck mal. Komm rein. Ich lasse dich schreien. Sie fliegt einfach hoch. Oh, mein Gott. Nein, sie fliegt hoch. Sie fliegt hoch. Jetzt. Ich glaube, wir haben uns echt keinen Freund gemacht. Jetzt geht es los. Thanos vs. Venom. Wer wird den ultimativen Fight gewinnen? Oh, ist sie drin? Ist sie schon eingebrochen, Freunde? Wir schauen mal. Fortz. Oh, mein Gott. Nach oben. Was geht ab? Jawoll. Wir haben sie besiedelt. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Wir brauchen Wände. Wir brauchen Wände. Damit hier nicht jeder einfach so easy peasy hier einbrechen kann. Und okay. Wir haben jetzt leider kein Cash mehr für die Wände am Start. Junge, Junge, Junge. Wo ist eigentlich unser... Oh nein. Thanos Morphurt. Ist sie wieder gekommen? Ich habe irgendwas gehört. Freude. Oh, die Fabrik ist einfach weg. Was geht denn da? Okay, lassen wir mal hier unser Schwert holen. Und vielleicht kommt hier... Wow. Was geht bei dem ab? Das springt die Flur. Wir kommen hoch. Was? Ah, wir können uns sogar sofort bewegen. Wir haben es gegenseitig erledigt. Wir können uns sogar sofort bewegen mit diesem Feuerdolz. Irgendwie sowas. Das sehe ich erst jetzt, Freunde. Wir konnten uns richtig damit nach vorne dashen. Und natürlich macht mir auch gut Schaden damit. Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch wichtig. Alles klar. Okay, wir kaufen uns mal hier den Mega-Job als nächstes. Oh ja. Und Partikel gibt es hier. Okay. Was für Thanos-Partikel werden wir jetzt wohl haben? Und... Oh, ich glaube, das sind die gleichen. Wir haben jetzt so lila, ne Totenköpfe. Und 100.000 rosa Partikel. Und... Oh mein Gott. Für 300.000 können wir uns den Thanos-Morpholen. Junge, Junge, Junge. Alles klar. Aber... Oh. Da bricht wer ein. Da probiert wir einzubrechen. Und wir kommen von den Tun. Ab geht es. Und... Ich bin das Thanos. Und ich mach dich fertig mit meinen Krallen. Und... Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie macht mir gut Schaden. Sie macht mir gut Schaden. Okay. Ich würde sagen, komm schon. Wer wird gewinnen? Oh, war das knapp. Wir haben es gerade noch so geschafft. Und... Nein. Nein. Er staubt ab. Er staubt ab. Das ist unfair. Das ist unfair. Nein. Oh mein Gott, Freunde. Können wir vielleicht irgendwie in die Fabrik rein oder sowas? Nein. Okay. Keine Chance. Aber dafür brauchen wir unsere Handschuhe. Nein. 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 Ey. Wie unfair. Wir haben doch kaum Leben gehabt. Und der kommt einfach und erledigt uns. Alles klar. Wir haben aber wieder einiges an Geld am Start. Und damit würde ich sagen, müssen wir uns jetzt hier die nächste Waffe von Thanos freischalten. Hier. Oh ja. Wo haben wir das Ganze? Hier. Gear 6. Mal schauen. Was. Oh. Oh mein Gott. Werden wir uns jetzt freischalten? Das sieht episch aus. Der Meisterstab mit dem Dolch hier. Oh ja. Das sieht krass aus. Okay. Was können wir jetzt damit machen, Freunde? Oh. Äh. Ich glaube, wir haben einen Einbrecher gefunden. Ab geht es. Frisst meinen Meisterstab. Und wow. Oh mein Gott. Was haben wir beschworen? Schaut euch das ganz... Hey. Komm da noch rum. Komm da noch rum. Ich habe hier einen Meisterstab am Start. Ha. Wow. Was? Der hat uns damit einfach abgeworfen. Junge, Junge. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, unser Meisterstab, wenn wir den gut benutzen, dann könnte der wirklich sehr, sehr krass sein. Also ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Aber der schießt ja wirklich in alle möglichen Richtungen. Und das ist sehr, sehr heftig. Alles klar. Wir uns wieder hier. Unser Dolch am Start. Ka-ching. Let's go. Und unseren Meisterstab am Start. Und diesmal lasst mich nicht von dir treffen. Ja. Mach doch. Schieß doch. Und boom. Ab geht es. Aber wie kontrolliert man das? Der schießt ja einfach in alle... Oh mein Gott. Richtig. Schaut euch das ganz. Wann ist das einer von mir? Und boom. Ab geht es. Okay. Ich würde sagen, Freunde. Wir sollen ja probieren, runterzuspringen. Mit unserem Dolch. Irgendwie sowas. Alles klar. Davor würde ich sagen, Meisterstab. Oh mein Gott. Okay. Er hat mich getroffen. Oh mein Gott. Er hat uns getroffen. Okay. Nee, nee, nee. Alles klar. Darauf habe ich ja gar keinen Bock jetzt. Wenn er uns sowieso getroffen hat. So. Wir snacken uns jetzt hier die ganzen Partikel und sowas. Oh mein Gott. Wir können seine Base eindringen. Wir können seine Base eindringen. Dafür brauchen wir jetzt hier nur diese Web-Slinger. Oh ja. Und natürlich unsere Quietsch. Unser Quietschschwert hier. Sehr, sehr wichtig. Alles klar. Wir werden jetzt mal eindringen. Mal schauen. Und ich würde sagen, Freunde. Wir hatten einen Überraschungseingriff. Ab geht es, Freunde. Auf seinen Tycoon drauf. Oh ja. Was ist das eigentlich? Genau. Das ist der Deadpool-Tycoon. Okay. Wir schleichen uns vorsichtig rein. Wir schleichen uns vorsichtig rein. Haben unser Dolchknife am Stattel. Oh ja. Wir haben seine Fähigkeiten geklaut. Was gibt es denn hier? Äh. Hallöchen, Kollege. Alles klar bei dir? Oh nein. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Fuck hier. Oh, alte Schwede. Was geht da? Oder er hat noch seine Schutzzone oder sowas. Und Attacke. Attacke. Ab geht es. Kommt schon. Hä? Jawohl. Schießt. Schießt und. Ja. Alter, das ist übelst schwer. Das ist übelst schwer, damit zu treffen. Äh. Wir verscheuchen. Ihr habt uns halt im eigenen Tycoon. Jawohl. Wir haben ihn fast getroffen. Ein anderer ist eingebrochen. Ein anderer. Junge. Er ist einfach eingebrochen. Er hat uns erledigt. Ich glaube es nicht. Aber jetzt haben wir richtig viel Kohle nochmal am Start. Damit werden wir uns jetzt hier noch den finalen Upgrade erholen. Damit wir natürlich hier noch mehr Geld verdienen. So. Und natürlich hier die ganzen Wände nicht vergessen. Und hier rosa Partikel. Oh yeah. Achso. Wir haben nicht genug Geld. Alles klar. Dann lass uns erstmal hier die Wände holen. Dass hier nicht jeder so einfach einbrechen kann. Okay. Freunde. Ich würde sagen. Hey jeder Unschuld. Was macht ihr da? Frist meinen Meisterstab. Und bam. Alter Schwede. Wow. Haben wir den erledigt? Ne. Okay. Ich glaube er hat den erledigt. Und er will mich wieder abwerfen. Er will mich wieder abwerfen. Ne. Ne. Kollege. Weißt du was? Und boom. Wow. Okay. Das ist jetzt nicht so eine hohe Mauer. Boom. Alles klar. Jetzt aber. Jetzt sind wir auf jeden Fall besser geschützt hier. Ich würde sagen. Lass uns mal ab in den Fight gehen. Ab geht's. Jetzt versammeln sich alle. Alle super böse Wächter. Venom. Deadpool. Alle möglichen versammeln sich hier. Und Meisterstab ist aktiviert. Oh mein Gott. Wow. Alter Schwede. Oh mein Gott. Wir müssen weg. Wir können mit dem Dolch. Nein. Weg. Wieso sind wir One-Hit? Was hat der? Guckt euch das Ganze. Was hat der für ein heftiges Schwert am Start? Dass wir damit One-Hit sind. Okay. Freunde. Ich glaube. Es gibt eine Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit. wie wir den besiegen könnten. Nämlich Freunde. Wo war das Ganze? Hier. Es gibt hier ein legendäres Schwert. Für 500 Robux. Das werden wir uns jetzt gönnen. Oh ja. Und ich hoffe. Damit werden wir es schaffen. Ihn zu besiegen. Vielleicht hat er es ja auch gekauft. Vielleicht ist das ja dieses legendäres Schwert. Oh mein Gott. Das sieht krass aus. Oh yeah. Ein Rainbow Schwert. Einfach Rainbow. Rainbow. Damit wird der auf jeden Fall nicht rechnen. Dazu noch die rosa Partikel. Oh yeah. Rosa, rosa Partikel. Damit sehen wir noch Angsteinflüsse aus. So, zack. Wir snacken uns alles. Obwohl wir natürlich ein bisschen schneller sind. Oh nein. Das wollte ich gar nicht. So, hier mit dem Feuerdolz. So, zack. Wow. Oh Gott. Das wollte ich. Ey. Einfach mein Kopf ist im Holz stecken geblieben. Und er wartet schon auf uns da unten. Alles klar. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Wir fehlen durch Alex. Wir dashen nach vorne. Und jetzt mit unserem Megaschwert. Jawohl. Wir haben ihn erledigt. Er hat ihn zwar auch bekommen. Aber wir haben ihn auch bekommen. Oh yeah. Let's go. Okay. Dieses legendäre Schwert. Ist ja wirklich super krass. Okay. Ich glaube, unten die Items brauchen wir nicht. Dieses goldene Katana und sowas. Wir holen uns einfach hier unser legendäres Schwert. Was wir uns hier gekauft haben. Und dann wird es abgehen. Ich meine, wir haben ihn schon damit bekommen. Aber er hat uns auch irgendwie bekommen. Er hat auch richtig krass Sachen am Start. Okay. Wir holen wieder den Meisterstab hier ab. Ab geht es. Oh. Ist der hier irgendwo vorne? Er probiert einzubrechen. Er probiert in die Tarn. Das zeigt gut einzubrechen. Da hinten ist der. Heiko Legal. Oh. Ist klar bei dir. Ich komm runter. Ich komm schon. Ich komm schon. Und so. Oh mein Gott. Er probiert einzubrechen. Und let's go. Oh mein Gott. Da ist der, Freude. Da ist der. Da ist der. Wow. Wir dashen. Und wir haben ihn erledigt. Oh yeah. Habt ihr das gesehen? Ha ha ha. Mit unserem. Oh mein Gott. Legendäres Schwert. Damit können wir uns auch dashen. Oh ja. Schaut euch das Ganze mal. Bäm. Ab geht es. Let's go. Zack. Schaut euch das Ganze mal. Wie heftig sind wir denn. Wo ist eigentlich sein Tycoon? Ich glaube. Ist das. Ah. Das ist wahrscheinlich der blaue Tycoon. Ja. Und wir können es mit dem legendären Schwert wirklich alles mögliche zerstellen. Aber können wir uns auch nach oben. Oh mein Gott. Wir können sogar nach oben dashen. Yo. Alter Schwede. Wie OP ist das denn? Guck mal. Zack. Okay. Warte. Wir probieren mal hier einzubrechen. Ey. Okay. Das ist ein bisschen schwer zum. Och. Das ist richtig schwer zum Steuern hier. Muss ich sagen. Komm schon. Komm schon. Wow. Hä? Wie viel sind drin? Wie haben wir das denn geschafft? Äh. Hallo? Ich hab mich verlaufen. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Eine Feuerhaxt haben wir am Start. Und schaut euch das Ganze. Okay. Wir rüsten aber unser Rainbow-Schwert aus. Äh. Hallöchen. Na. Alles klar bei dir? Frisst mein Rainbow. Wow. Schwert. Wir haben uns selber weggedascht. Junge. 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 Was ist das für ein Schwert? Zack. Ja. Ja. Damit rechtest du nicht, Kollege. Ne? Und BÄM. Ab geht's. Wir dashen uns jetzt hier in alle rein. Okay. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Zack. Okay. Das ist echt richtig schwer. Muss ich sagen. Aber Freunde. Wenn wir dann treffen und Damage machen, dann machen wir umso mehr Damage. Ich würde sagen, hier haben wir unser Feuerstab. Jawohl. Damit haben wir ihn getroffen. Und damit, wir haben uns wieder gegenseitig erledigt. Ich glaube, wir hätten auch dieses Schwert gekauft mit Robux und irgendwie sowas. Weil wir sind wirklich die ganze Zeit one-hit. Oh mein Gott. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld am Start, um uns jetzt den Thanos-Morph freizuschalten. Oh Junge. Oh Junge. Jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt bin ich aufgeregt. Wie wird das Ganze aussehen? Wir kaufen ihn. Den Thanos-Morph. Oh mein Gott. Wir sehen jetzt wirklich aus wie Thanos. Wo ist mein Infinity-Anschuh? Oh yeah. Wie heftig ist das. Also ich glaube, wir brauchen nur noch Wände und sowas. Und dann haben wir unseren Thanos-Teich-Code wirklich bis zum Kompletten, zum Ende geupgradet. Hey, hey, Kollege. Na, alles klar bei dir? Oh, wir haben unser Schwert vergessen. Ja, ja, ja. Da guckt ihr auf einmal blöd. Da denke ich nur so, Alter, seit wann ist Thanos da? Ja, ja. Ich habe mich verwandelt und bin jetzt stärker geworden mit unserem Boom. Legendären, äh, Rainbow-Schwert. Komm doch her. Komm doch her. Ich öffne die Tür. Wow, der kann einfach nicht durchschießen. Komm rein. Komm rein, Kollege. Na, trau dich doch. Trau dich doch. Aha. Ich glaube, der weiß, dass ich eh zu mache, oder, Freunde? Ja, der wusste es. Der wusste es. Aber ich würde sagen, Freunde, jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Haben wir ihn getroffen? Nein. Aber, wir haben ihn schon beim Angst eingehabt. Können wir da mit unserem Stab... Was? Benutzen? Was? Der konnte einfach hier durchschießen? Das geht? Dann lasst uns doch mal nach ganz oben gehen und schauen, was wir uns jetzt hier noch kaufen müssen. Ich glaube, die Wand oder die Wände werden wahrscheinlich das Letzte sein. So, die Wand haben wir am Start. Und das nach 400.000, Freunde. Was ist das? Oh, Lichter. Okay, Lichter brauchen wir noch. So, da haben wir jetzt auch genug Geld am Start. Jetzt sind wir fertig, Freunde. Wir sind fertig. Wir haben unseren ganzen Talos-Tycoon jetzt wirklich bis zum Ende gebaut. Oh, ja. Und haben uns in Talos verwandelt. Aber ich würde sagen, wir haben noch eine Rechnung offen mit... Ja, wer wartet denn da? Ah, ah, ah. Vor der Tür da auf mich. Nee, nee, nee. So einfach geht das nicht. Guck mal, der probiert mich wirklich von der Seite jetzt irgendwie zu besiegen. Nee, nee, nee. Aber ich kann das Ganze natürlich auch. Und frisst das hier. Wow. Ab geht es. Alles klar. Ich würde sagen, ab geht es nach draußen. Wow. Oh mein Gott. Jetzt geht es ab. Jetzt wird es abgehen. Guckt euch mal an. Wie stark wir sind. Wir dashen uns jetzt hier überall rum. Let's go. Mit unserem Talos-Outfit hier. Okay, er verfolgt uns. Komm her. Ab geht es. Oh mein Gott. Er hat nicht mehr viel Leben. Er hat nicht mehr viel Leben. Jawohl. Er haut ab. Er haut ab. Was heißt er haut ab? Er fliegt einfach weg. Komm her. Talos wird dich zerstören uns. Jawohl. Wir haben ihn besiegt. Das hat er davon. Ha, ha, ha. Oh ja. Ich werde mir alles schnappen. Ab geht es. Was ist jetzt hier? Diese pinke Base. Ah, ich glaube, das ist hier der Bösewicht. Äh, Flash. Ah, Reverse-Flash oder sowas. Dann können wir uns eigentlich auch mal drauf dashen hier. Oder eigentlich so. Ups. Wow, was? Da kommt einfach ein Hamster raus. Was geht mein Thema? Böhm. Komm her, Mr. Hamster. Jawohl. Da haben wir auch ihn besiegt. Du denkst doch nicht ernsthaft. Du hast eine Chance gegen mich. Talos. Ab geht es. Wir probieren jetzt. Oh. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Unser Ernstzeit kommt wieder. Alter Schwede. Er will sich wirklich mit uns anlegen. Ah, da haben wir ihn wiederbekommen. Ja, ja, ja. Leg dich nicht mit uns an. Mittlerweile, Freunde. Und wir haben uns den ganzen Zeitpunkt bis zum Ende gebaut. Und sind wirklich hier unbesiegbar. Wow. Und können wirklich hier jeden. Wow. Wie war denn nicht mein Kopfstand? Und können wirklich hier alle möglichen hier zerstören. Aber ich will jetzt unbedingt jetzt hier nochmal in diese Base da reingehen. So, komm schon. Spider-Talos. Spider-Talos. Ne, das geht irgendwie für dich. So, ein bisschen weiter weg. So. Und. Aber immer aufpassen, dass nicht dieser Typ wieder. Jawohl. Oh mein Gott. Wir sind drin. Wir sind drin, Freunde. Wir haben unser Rainbow-Schwerte-Equip. Und da ist der Amstel. Wo es geht ab, Kollege? Was sind deine letzten Worte? Tschüss. Und da machen wir ihn fertig. Wow. Alter Schwede. Wo es geht ab? Was geht denn bei dir? Alles gut bei dir? Hier. Friss mal einen Meteoriten-Stab, würde ich sagen. Wow. Ab geht es. Da kommen die ganzen Meteoriten. Und. Bam. Alter. Hä? Wie wurden wir besiegt? Hä? Sind wir in unsere eigene... Warst du in unsere eigene Meteoriten-Ball reingegangen, oder was? Oh mein Gott, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich denke mal, Freunde. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Mit dem heutigen superbösen Tycoon. Wir haben jetzt wirklich unsere ganze Thanos-Tycoon bis zum Ende gebaut. Und haben uns selber in Thanos verwandelt. Und hatten die stärksten superbösen Superkräfte, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und dann würde ich immer sagen, Freunde. Das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ihr an Liken, Abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.